Du willst wissen, wie man hierfür die Oxidationszahlen bestimmt? Dann bleib dran! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig! Für den heutigen Übungszweck habe ich dir nochmal die sieben Regeln zur Bestimmung von Oxidationszahlen zusammengefasst. Dargestellt sind hier also ausschließlich Ionen, zum Beispiel Metallionen, hier als typischer Vertreter das Magnesium-Ion. Genauso ist auch das Chlorid-Ion zu finden als typischer Vertreter eines Säure-Rest-Ions, in dem Fall das Säure-Rest-Ion der Salzsäure. Wir wenden also die Regel an, dass die Oxidationszahl eines Ions seiner Ladung entspricht. Das Magnesium-Ion ist zweifach positiv geladen. Demzufolge bekommt das Magnesium-Ion die Oxidationszahl plus zwei. Das schreibe ich drüber. Das Natrium-Ion ist einfach positiv geladen. Demzufolge schreiben wir plus eins als Oxidationszahl drüber. Das Barium-Ion ist genauso wie das Calcium-Ion zweifach positiv geladen. Demzufolge schreiben wir jeweils plus zwei darüber. Und das Kalium-Ion ist einfach positiv geladen. Demzufolge schreiben wir die Oxidationszahl plus eins darüber. Das Sulfid-Ion hat eine zweifach negative Ladung. Deshalb schreiben wir die Oxidationszahl minus zwei darüber, genauso wie für das Oxid-Ion. Eisen kommt zwei- beziehungsweise dreiwertig vor. Hier liegen uns zweifach positiv geladene Eisen-Ionen beziehungsweise dreifach positiv geladene Eisen-Ionen vor. Demzufolge schreiben wir die Oxidationszahl plus zwei beziehungsweise plus drei über das jeweilige Ion. Und so machen wir weiter mit den Kupfer-Ionen. Kupfer kann ein- oder zweiwertig sein. Das hier vorliegende Kupfer-Ion hat eine einfach positive Ladung. Demzufolge schreiben wir plus eins oben drüber. Das hier vorliegende Kupfer-Ion ist zweifach positiv geladen. Demzufolge ergänzen wir die Oxidationszahl plus zwei darüber. Das Silber-Ion hat eine einfach positive Ladung, deswegen Oxidationszahl plus eins. Das Zink-Ion ist zweifach positiv geladen, weshalb ich die Oxidationszahl plus zwei oben drüber notiere. Fluorid-Ion, Bromid-Ion, Chlorid-Ion und Iodid-Ion haben jeweils eine einfach negative Ladung, weshalb ich über jeweils das Ion eine Oxidationszahl von minus eins notiere. Und das hier kennst du auch, das Proton. Das hat eine einfach positive Ladung und deswegen schreibe ich oben drüber die Oxidationszahl plus eins. Danke fürs Zuschauen. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.